Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Sky Brawl, mit dabei ist der Fetty, hallo Fetty, mein Gegner aus den letzten zwei Folgen und wir haben heute einmal die Hexit-Insel aus dem folgenden Grund, das hat sich jetzt kein Zuschauer gewünscht, sondern der Fetty, ne, ihr müsst wissen, der Fetty, der ist richtig neu, was Lucky Blocks angeht und er hat gesagt, oh Hexit ist toll, er will unbedingt mit den Hexit spielen, da hat er seine Hexit-Insel und da hab ich mir gedacht, okay, äh, ich weiß jetzt nicht, welche Blöcke können dagegen halten, äh, weil die hab ja ich damals programmiert, die Hexit-Lucky Blocks, deswegen hab ich jetzt die, fuck, wo ist mein Insel, oder? Hier, ähm, die Wither-Lucky Blocks genommen und wir sind mal gespannt, was es für ein Battle gibt, ich geb mir den Game of 0 und dann zähl ich runter und dann geht's los, ich hab dem Fetty schon die Regeln erklärt, ich erklär's euch nochmal kurz, jeder hat drei Leben, wenn die aufgebraucht sind, dann hat man verloren, der letzte Kill muss ein Nahkampf-Kill sein und, ja, jetzt geht's los in drei. Zwei, eins, go, so, erstmal die Kiste hier looten, dass wir safe auf jeden Fall, äh, eine Workbench am Start haben, so, und da haben wir schonmal Stuff auf jeden Fall, um in die Mitte zu kommen, hä, WTF, ein Delta-Lucky-Block, ernster? Nein, so, oh, ich hab die Wither-Chess-Plate schonmal, was hast du schon? Äh, komplette Thief-Ausrüstung. Was, schon? Oh, uh, warte mal, was ist das hier? Ah, das gibt mir aber Speed, das ist, ah, das nehmen wir erstmal nicht, Leute, hier. Oh, nein, dein Ernst, guck dir das Event an, ist er da? Fast alles hier zerstört, ja, guck mal, uh, oh, nein, 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 okay, warte mal, hm, gucken wir jetzt einfach. Ich krieg aber ganz oft, ganz wenig, also gar nix raus. Ganz oft gar nix, es kann aber auch sein, ähm, das kann eigentlich nicht sein. Okay, was hab ich hier? Das Nether-Star-Sort! Oh, das hat sich schon mal, oh! Hast du jetzt was Gutes gekriegt? Nee. Noch nix Gutes gekriegt? So, ich hab dir doch gesagt, die sind nicht soo gut, die Blöcke. Hammer. Wenn ich das hier mache. Aber du wolltest sie unbedingt haben, ne? Du, du wolltest sie unbedingt haben. Da bist du selber schuld. So, oh, was ist das? Die Nether-Star-Chest-Plates! Oh, nice, okay. Guckt mal, Leute. Wie krieg ich die Effekte nicht? Welche Effekte? Ja, bei den Hexen, da gibt's ja dann immer so Effekte, wenn du alles hast. Ja, aber wenn du alles hast, ja. Hab ich eigentlich. Hast du eigentlich? Hm. Komisch. Dann ist es komisch. Weil die Hexit-Mod ist ja drauf. Ja. Ja, ja, ich hab das ja... Nein! Ich hab das ja extra mit der Hexit-Mod kompatibel gemacht, sonst hätte ich ja die Rüstung nicht ins Spiel einbauen können. Also eigentlich müsste es gehen. So, wow. Wow. Okay, was ist hier mit dabei? Hä, hab ich nicht gerade noch irgendwas krasses bekommen? Nein. Aber das ist ja schon mal gut, Leute. Also, du. So. So. Ähm. Ah, okay, nee, ich hab... Nee, nee, ich hab mich verzahnt. Äh, ja, was hast du gemacht? Äh, ich hatte doch noch alles. Äh, ja, guck, da wollte er mir ein schlechtes Gewissen machen. Nee, 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 das hat nur so ähnlich ausgesehen. Also diese Tribal und diese Thief, die sind sich ein bisschen ähnlich. Also zumindest, was uns angeht. Na dann. Hat mich schon ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich wusste, äh, dachte, das geht, ne? Was habe ich jetzt noch bekommen? Oh, jawohl! Uh, und wenn ich das jetzt noch anziehe, Leute, das sehen wir später an, dann haben wir auf jeden Fall eine komplette Netastar-Rüstung, Leute. Na, haben wir eine komplette Netastar-Rüstung. Das ist schon mal überragend. Also, ich glaube, du hast einfach keine Chance, ne? Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Kann halt sein, dass er mich im, dass er mich im richtigen Moment runterschubst oder so. Aber wenn ich den hier abbaue, dann fließt das Wasser doch da eigentlich runter, dann kann ich... Ah! Nein, Mist. Äh, alles gut, alles gut. So. Denk dran, du kannst noch in den Kisten die plus 100 Lucky Blocks absahnen, ne? Mhm. Ja. Hab ich vor. So. Ah, ich glaube, ich brauche auch irgendwie gar nicht mehr. So. Jetzt gucken wir erst mal, dass wir nach vorne kommen. Ich hab leider Soul Sand, Leute, aber es macht ja nix. Oh, da könnte ich jetzt eigentlich theoretisch das hier machen. Dann Fast Bridgen mit Soul Sand. Guck. Wow! Okay, ich bin trotzdem noch relativ langsam. Ich weiß gar nicht, wie ich Fast Bridgen geht. Ich kann das auch nicht. Fast Bridgen ist absolut nicht mein Ding. So. Ich bin in der Mitte. Mach dich auch was gefasst, mein Freund. So, so. Wow. So. Gucken wir mal rein. Ähm. Die Rüstungen sollte ich lieber wegwerfen, weil... Die sind ja eh unbreakable. Nachher staubt der sich da was ab. So, 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 so. So, aber was ich jetzt mal versuchen könnte ist... Äh, nein, Mist, ah, den da. Nein. Ich, ich, ich klick die ganze Zeit daneben. So. Du bist da hinten. Oh, ich hab ja nur einen Block. Hä? Was ist mit dir? Willst du mich abschießen? Treff ich dich? Nein, ja. Ich seh nicht. Hä, du schießt dann irgendwo hin. LOL! Geil! Wenn wir nur abbauen. Ja! Das ist der erste Kill! Ich hab halt einen Bogen, aber keine Pfeile. Das ist jetzt richtig anlackig. Das ist... Nein! Ich bin auch runtergefallen. Aber es zählen nur Spieler-Kills. Wollte ich nur gesagt. Was? Ja, es kann ja sein, dass du von einem Lucky Block runtergestoßen wirst. Und das dreimal hintereinander, dann bist du tot. Deswegen haben wir diese Regel. Das nur Spieler-Kills zählen. Ja, ne, das ist da. Jazzplay, hast du vorhin gesagt. Ja, oh, ne. Hast du die? Fuck! Hä, ich hab das Zeug aus der Kiste gar nicht rausgeholt. Huch. Hä, warum kann ich da nichts reinsetzen? Ach, jetzt ist doch... Ja, ich bin schon... Siegessicher gefühlt. Ja, du hast ja auch nur noch zwei Leben, ne, also. Bin ich nicht zufrieden. Das sind zufrieden. Ah, ne, das ist jetzt nicht so das, was ich haben wollte. Dann haben wir hier... Achtung! Nichts. Oh, ne. Ich esse nur die Elf. Die müssen sich abschließen. Und... Und... Nichts. Die Thief-Schuhe. Also du kannst aus dem Plus 100 Dingern, kannst du bei Hexit eigentlich eine gute Sache auf jeden Fall rauskriegen. Ich glaube, Schuhe... Schaff' ich den Sprung, warte mal. Was will ich da hinhaben? Ähm... Oh... Was? What's trying to hurt? Ah... Was? Ich kann dich nicht mal töten. Ah, das ist halt... Hm... Du hast mich nicht getötet, ne? Ich hab... Ich hab auch... Ja, warte... Wie viel Haltbarkeit hat dein Helm? Haltbarkeit-Helm? Ähm... Erforns-Enchant mit Level 3000. Ja, eben! Das hat mich gekillt! Ich darf dich nicht direkt angreifen. Naja, das ist halt... Ähm... Unlucky, ne? Ja, wie viel Haltbarkeit hat er noch? Ja, krass viel. Nein! Oh... Alter, du bist unsterblich! Oh... Ey, ohne Witz, das... Es tut mir jetzt fast leid, eigentlich. Dann wird's jetzt Zeit dafür. Okay, was packt der jetzt aus? Leute, das hab ich mir aufgehoben, weil ich's eigentlich nicht einsetzen wollte. Okay. Ähm, zack. In der Zonraum noch. Ja, so ähnlich, ne? So, zack. Zack. Ich hab leider kein Holz. Ich weiß eh nicht, ob diese Rüstung mir dabei hilft. Hast du mir ein paar Blöcke übergelassen? Ne, ähm... Ich bin mir nicht sicher, ob die Rüstung mir hilft. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann das Schwert leider nicht machen. Oh. Ähm... Ich hab' noch nicht viel. Oh Mann, Alter, das ist jetzt halt echt so, so'n bisschen... Gucken wir mal, das haben wir jetzt auf jeden Fall. Oh Gott, ey. So. Oh, Beile. So. Wir fangen auf. Ja. Mein Kill. Ich kann doch hier schwimmen. Aha. Was? Du schwimmst? Ja. Dann heißt es, ich müsste schnell wegmachen. Nein. Nein. Ah nein, sei es ihm. Ah. Komm her. Geht ihr da auch schon zu? Ich hab Angst, dass ich halt... Wenn ich dich jetzt angreif... Warte mal. Passa, du hast doch eh schon verloren. Ne, hab ich nicht. Gib mir einen Pfeil, ich will was ausprobieren. Ne, ja. Kriegst deine Pfeile nicht. So, ist jetzt hier die Lava weg? So, warte. Ja, ich mach die grad weg. Dann fällst du runter. Machst du nicht? Da. Geh weg. Au. Fuck, der kommt auch. Die Lava geht weg. Die Lava geht weg. Nein. Ich hab's fast geschafft. Ich weiß. Wehe dir. Er ist nicht tot. Er hat noch zwei Leben. Ich hab noch ein Leben. Das heißt, du musst mich im Nahkampf töten. Hä? Wieso hast du die Lava nicht weggemacht? Ja, ich hab's dir doch weggemacht. Was denn? Ich bin wieder hier. Jetzt hab ich Angst. Ja, ja. Ich mach der jetzt hier. Alter. Geh weg von mir. Ich will dich nicht treffen, weil ich sonst tot bin. Was ist denn hier? In dem Block. Das ist ein Dispenser. Warum fliegst du nicht runter? Oh, schade. Alter. Ah, da kannst du mich nicht killen. Schade. Warte mal, was haben wir hier noch so tolles? Gibt's denn jetzt was? Lol. Du hast Tränke geworfen. Mann, ich will halt einen Pfeil. Ich könnte dich so easy besiegen. Ich weiß gar nicht, wie easy das wäre für mich. Warum? Warum? Achso, wegen der Aim wahrscheinlich. Weil das ist ein krasses Aim. Nee, 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 nee. Legendary Widder, Lucky Bow. Den hab ich ja die ganze Zeit. Aber ich krieg dich damit nicht tot wegen dem Helm. Ja, gib mir den Pfeil. Nein. Kriegst du den Pfeil? Dann machen wir's jetzt aus. Doch, dann machen wir's jetzt aus. Der Bessere gewinnt. Du musst mich doch eh nur noch einmal im Nahkampf töten. Echt? Musst du's nicht mehr? Okay. Ja. Oh, oh. Jetzt springt er gleich runter. Ja! Oleg, jetzt muss ich schnell weg hier. Das könnte jetzt nicht dauern, jetzt bis ich tot bin. Ich hab so viel gebeten. Hä, warum? Bist du runtergefallen? Aber du bist runter. Ja. Ja, ja. Okay, ich muss dich hier jetzt schnell weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du musst mich halt... Also, es ist jetzt ein Nahkampf-Battle, ne? Ja. Das heißt, ich darf nicht mit dem Bogen auf dich schießen. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel direkt vor dich hinschieße, ist das dann ein Nahkampf? Nee. Nee. Also, ich mein, wenn du direkt vor mir stehst. Weißt du, was ich mein? Dann ist es doch Nahkampf. Oder? Ja, an sich Nahkampf wär's schon, aber du hast halt keine Nahkampf-Waffe. So, wenn's nach dem gehen würde, wär's was anderes. Ja, aber das haben wir ja nicht ges... Also, so... Ah, Leute! Ah! Ich kill mich kurz. Drecks. Lava! So. Jetzt ist halt die Sache, echt. So, was macht man? Was machen wir? Ich hab hier oben noch Blöcke. Oh, was hab ich hier bekommen? Hä? Irgendwas? Ah, okay. Okay, das da. Oh, die Scheiße. Ich bin mal in den Ober. Ah, Alter, diese Geräusche! Nein! Verdammt! Oh, Neatherstar-Boots. Die sehen cool aus. Ich glaub, die nehm ich mal. Was nimmst du? Neatherstar-Boots. Loll, was ist jetzt passiert? Verdammt! Meine ganze Insel! Neatherstar-Blöcke! Ich könnte jetzt hier die ganze Zeit Blöcke farmen, aber... Oh mein Gott, ich wollte das nicht mehr. Wie dumm. So, wo bist du? Fuck! Fuck! Irgendwo ganz weit unter dir. Irgendwo ganz weit unter mir? Okay. Ja, ja. Wow! Ich brauch einen Pfeil in meine Güte. Wie schwer ist das? Pfeil ist eigentlich nicht so schwer zu bekommen. Oh, oh. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ich kann da nicht mehr bauen. WTF? Das ist Soul Slam. Da kann man nicht mitbauen. Loll! Oh Gott, war das knapp. Das war Absicht. Du wolltest gucken, wie weit du kommst? Ja, ich seh's halt nicht, weil ich schon so... komisch, äh... langgezogenes Bild hab. Ja, dann stell doch Fof runter. Äh, ja, runter. So. Oh, das Ding ist jetzt einfach. Ja, ich frag mich halt, wie ich dich da runterkriegen soll. Ja, das macht halt überhaupt nichts. Hm, ja, okay, okay. Zieh mal den Helm aus. Oh, Leute. Du hast den Helm ausgezogen. Ja, das war dein Fehler! Nein! Nein! Ja, aber gilt das jetzt als Kill? Ha, ja, weil ich dich runtergeboxt hab mit dem Schwert. Ich sterb grad einfach nicht. Ich sterb einfach nicht. Ja, und? Ich hab dich aber mit dem Schwert runtergeboxt. Das zählt, oh mein Gott. Aber warum nicht? Es war ja im Nahkampf. Du bist hochgegangen. Ich hab dich runtergeboxt. Ja, ja. Alter, dadurch, dass du den Helm ausgetauscht hast, das war mein Glück. Oh mein Gott. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat. Was? Ja, eben. Aber dein anderer Helm hätte mich gekillt. Oh, okay. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.